hier ist eine flare gun die hat leider keinen schuss dann brauche ich sie nicht so bist du jetzt hier also du gib mir hier gleich wieder der puls auf 180 naja kann ja mal passieren also bei mir ist noch alles im grünen bereich verstehst du bei mir alles grün ist ja da eben klemse den zombies im ersten ausgleich sehr gut es gibt rex alter bini usable rex komisse hier überall raus hier rumgeballert heißt ich bin ich ja übrigens nichts zum schlagen ich kann bloß schießen ach so ich habe halt nicht viel blut wenn die mich jetzt wieder treffen die zehn muss irgendwo ungefähr fünf zwanzig ab weißt du viel ja ich kann das schon machen mit der pump hallo ich schlag das war ich ach du scheiße renn weg renn weiter renn einfach weiter die nummer an dir dran jetzt klappt es doch denen kommt noch einer du hast ja ein paar schuss ne oder da kommt irgendwo noch einer hörst du es ja sehne ach da die anderen sind nach hinten gerannt hier die sei weggerannt das kommt noch einer siehst du ach da da ist ja das war einer zu viel fred degens ein schuss zu viel abgefeuert steine dahin kommt noch einer meine herren hast du keine schuss mehr oder was na hast du keine schuss mehr doch warte hier kommt einer hinter dir äh ich hab den jetzt viermal getroffen boah der hat wenigstens was zu fressen dabei steine richtige steine na gut damit sollte das hier aber dann mal leer sein du hast doch so viel pumpgang 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 munition oder ich hab sechs da noch die musste ich bloß halt per hand jetzt noch reinladen und bin meiner linksbums hier in meinem pistole habe ich jetzt auch noch ich geh hier und das ich geh in das nächste eine kantin wo ja gut solange ich Platz habe nehme ich sie mal mit beef stew und peaches aller geil ich hab dir auch gar mal was zu essen finden einfach mal einfach mal so zack super bunt thunfisch jawoll alter die bude war voll mit fressen auf der ist sind der glaube ich bis auf der kreuzern auch noch oben und der pad habe ich leider schon auch keine rex übrig nicht einmal das was ist denn das für ein scheiß haus scheiß haus was bandage was denn du das und was zu kuddeln das haus war gut bini super oh hier gibt es wieder nervös zu kuddeln oder was also bist du auf das nächste in meiner seite oder auf der seite wo du warst rein beide ach so was ist schon beide und wo bist du jetzt die nächste auf deiner und das nächste auf meiner seite habe ich jetzt hä auf meiner seite war doch bloß noch eins bist du in die falsche richtung gegangen von daher weiß ich jetzt so quasi nicht wo du warst wie bist du alter warte ich komme raus bin in dem hier fertig hier warst du wahrscheinlich nett weil hier ist nämlich der wegen bierken hallo wo sind sie bierken achja bei dir ist nur noch eins stimmt und da war ich drin dann passt das doch ähm ach ich bin hinter dir ja hier war es ich gerade war es jetzt hier weiter hinten schon auf der seite nein gehst du hier rechts ich gehe hier links links also hier ist ein richtiges schulter pad wieder geile football schulter pad ja das kannst du einziehen und drunter kannst du das andere schulter pad lassen cool behindert aus wie ich nicht haben was soll das nicht so DJs äh das ist auch nichts zum mitnehmen cool Pepsi ravioli ravioli meinetwegen können wir dann wieder abziehen ich bin gleich voll ich habe nur fast gar nichts gefunden ich müsste mal was essen voll ich bin voll geschwollt ja dann kannst du mir ja was geben oh ne kann ich hier machen geil ein körper ist ein körper ist und noch irgendwas Alter mach dir so nen kopf mach dir so nen kopf können wir noch einen Gin Tonic machen geil ich will mich erst mal was fressen ähm hä warum bin ich bitte zu schwer warum kann ich den nicht mitnehmen mit deine ganzen klamotten die du anhast auch mit zählen scheiße aber ich bin doch sonst relativ äh kann ich den dann jetzt nicht mal so vom Dings her fressen ich fress den jetzt fertig ne klar wie das ich hab nicht gleich gefressen du das hier guck mal mein Schulter pad Geil das ist doch äh Benson Gehen wir noch hier Gehen wir mal in den Supermarkt einfach Gehen wir mal in den Supermarkt einfach Gehen wir mal in den Supermarkt einfach ne doch ich hör was ne hörst du nix hörst du nix 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 was war denn das für ne Stadt wo wir waren wo wir das letzte mal gespielt hatten jetzt wissen wir die hier gewesen was ja wo wir dann immer hier reingegangen sind von der anderen seite da vorne bei der Feuerwehr achja da müssen wir natürlich auch noch hin weil wenigstens zur Feuerwehr axt achja ja hier war es ja eigentlich immer da haben wir relativ viel Scheiß gefunden ja geilen Scheiß was ist denn das hier ne Wasserflasche naja so lang 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 hier ist irgendwo hier ist irgendwo oh 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 es kommt irgendwo ja wo bist du ah da hinten rechts komm rein hast du den wow ne ich seh den nimmer der ist unter mir her der ist unter mir her wo bist denn du wo bist denn du bist du draußen wo bist denn du ja ja was soll ich denn machen ich kann ja nicht hier auf dich schießen komm mal hierher hier wo bist denn du hinter dir ja da ist sie jetzt auch hast du noch hast du noch weiter wenigstens nichts gehalten die ratzen sind da kommt einer da kommt einer ich habe das gefühl ich treffe ihn nicht da zappelt doch warum so hast du hier drin da haben wir jetzt eigentlich alles ausgeräumt ausgeräumt ich glaube nicht ich komme mal rein so hier haben wir nämlich noch gutes korn das letzte mal also das letzte mal der bier geil da mach ich mir jetzt erstmal hier so ein ding Mordensaft habe ich auch. Red Eye, Alter. Macht wenigstens dann einen Platz. Ich will noch die Chocolate Bar. Ich komme nicht. Äh, irgendwie ist der Gang immer wieder voll, wenn du durchläufst. Alter, can it beef? Geil. Das Beste, Alter, das Beste. Das war's, denke ich. Das sind hinten draußen schon. Hier steht auch noch eine Tasse. Schuhe. Und Näschel. Aber das brauchen wir ja nicht. Ähm, ja, dann gehen wir mal noch zum... Oh, wei. Beziehungsweise hinten mal unter den Tresen gucken, weil da, glaube ich, oft immer Waffen waren. Oder Munition oder sowas. Ja. Ja. Also, da. also hier muss man glaube ich ja wieder immerhin weil die ganzen läden die sind sowas von voll bist du irgendwo bist du gerade hier läuft noch schön jemand ich bin hier drin bin ich ich sehe dich nicht wo bist du war in der bude hier du bist draußen gerade an der tür vorbeigelaufen hier sind überall fressereien ja ja achtung ich komme hier raus ja du bist davor ich bin hinten achtung ich komme aus der bude ja 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 ich sehe dich warte mal kurz bleibt mir hier ich muss mal die karte wieso da nicht dann gucken wir mal noch zur feuerwehr war müssen wir durch überall die ratzen das ist aber noch sack also nee hier geht ja also Okay. Wo komme ich denn hier raus? Das stimmt, da drinnen war ja dann noch dieses Motel gewesen. Hm. Wir sind nie weit in die Stadt reingekommen, weil du dann immer gleich voll warst. Hosefarbe. Ach ja, diese Ausstellungszelte hier. Cool. Was ist denn du? Was machst denn du? Ein Hunting Knife. Hallo, hallo? Hm? Da. Achso. Ja. Wenn du gerade so rum standst. Gut. So, das ist aber ja nett, die Feuerwehr, ne? Hier kommt der irgendwo von dahinten. Ich will mir nochmal ne Gedanke gucken. Tanke. Ich will noch ein bisschen essen. Ich will noch ein bisschen essen. Also. nochmal. Ich glaube, wir sollten einfach immer hier hingehen. Fertig. Auch. Komm, nehmen wir mal noch mit. Bachstock und der Hammer. Brauchen wir den? Für was brauchen wir den Hammer denn eigentlich? Also brauchst du den nochmal zum bauen oder was? Nee, da kannst du hier Metall von der Autos dann abmachen. Oh, warte mal. Du wartest einfach auf die Autos ein und dann. Was steht denn da oben drauf? Wodka. Brauchst du Wodka? Hab ich. Da brauchst du ne Sprite noch. Kann ich nochmal mitnehmen. Hast du ne Sprite? Kannst du es damit kombinieren. Ja, alter. Can it beef? Ich muss es doch. Dann hab ich den Wodka Sprite. Ja. Keine Ahnung, was das sein soll. Wieder Can it beef gefunden. Can it beef? Cool. Ne Gute halt. Wollen wir noch Ducktape? Nee. Also ich hab auch noch eine. Kann ich auch nochmal mitnehmen. Wollen wir noch wegen so einer Axt gucken? Gibt's ja nicht, ne? Wir waren doch schon bei Feuerwehr. Ja, das hier drüben war die Feuerwehr. Achso. Ja, dann kommen wir wieder nach Hause, würde ich sagen. So ungefähr. Eigentlich schon. Allgemein kein Dings gefunden. Keine Waffen. Waffen. Ja, das stimmt natürlich. Ich weiß noch, was wir hier das erste Mal waren. Da hatte ich ja das Fahrrad noch, was ich unterwegs gefunden hatte. Da hab ich ja hier unterhundert... 3, 2, 1. Hinter jedem Tresen fast eine Waffe oder Munition gefunden gehabt. Ähm. Es schreit. Da. Da. Da ist hinter mir. Ja, lauf mal zu. Müssen wir denn hier lang? Ja. Ah, hier ist noch einer. Na ja, vielleicht geht der ja mal auf mich. Nee, denkste. So, ich hab's ja Schussball. Willst du schießen? Nee. Ach, der mit den Hosen, der ist übelst... Also der zweite, der ist übelst langsam. Der erste, der ist ungefähr genauso schnell wie du. Die geben dann schnell auf, die mit den Hosen. Ähm, ja, mein Spiel hängt aber gerade. Boah, das ist so stark. Es geht wieder. Gott sei Dank. Der läuft einfach an mir vorbei. Boah. War nicht klar, hat er wieder hier zu kuddeln. Die Fressen dabei. Das ist geil. Der andere, der hat sich dann absolut nicht für mich interessiert. Ja, der rennt da also noch weiter dahinter. Der muss wieder an seinen Punkt. Der muss wieder auf Station. Und dann, das ist 911. Da, das ist fertig. Nie schon mal, genau von derieses, Von deres, die das ist ein bisschen besser. Die Hose. バatlich. Die Hosea.